Das Bechetal ist das erste Naturschutzgebiet auf Tuttlinger Gemarkung. Mit etwas Verzögerung wird es nun formell eingeweiht, als Ergebnis eines fast 30-jährigen Prozesses, an dem nicht nur der Mensch mitgewirkt hat, sondern auch die Biber, die hier seit der Jahrtausendwende wieder heimisch sind. Rund drei Kilometer lang und etwa 70 Hektar groß ist das Naturschutzgebiet. Es beginnt nach dem Möhringer Ortsende, reicht bis zur Esslinger Mühle und noch ein Stück ins Tiefental hinein. Sein Herzstück? Der Möhringer Stausee, der in den 1920er Jahren zur Stromgewinnung angelegt wurde, allerdings nie ans Netz ging. Dass der kanalisierte Krähenbach auch immer wieder für Hochwasser sorgte, spielt den Naturschützern in die Hände. Die Renaturierung und die Biber sorgen schließlich dafür, dass sich das Wasser im Tal ausbreiten und so nicht ungebremst nach Möhringen fließen kann. Ein Infopfad wird im Laufe des Jahres noch angelegt, er wird den Besucherinnen und Besuchern die Besonderheiten des Gebiets erklären. Der Pfad wird einen bereits früher angelegten Bacherlebnispfad ersetzen. Dieser wurde übrigens Opfer des Erfolges des Naturschutzgebiets. Große Teile des Weges hat der Biber unter Wasser gesetzt.